joo leute was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen folge von call of duty momen warfare kampagnen modus teil 2 und wir schließen direkten an dem letzten teil wo wir aufgehört haben ich kann mich eigentlich nicht so genau erinnern was genau war aber wir gleich jetzt botschaft in sakara ursikstan alter dann let's go will ich mal sagen kämpfst du noch für das gute immer captain der botschafter ist noch da drin sei in der falle halt ihn an der strippe er könnte uns rausbringen adir danke für die hilfe eine freude sir omar sulaman kennen wir uns du warst mal auf unserer seite der wohlfeind freiheitskämpfer das bin ich noch bruder die männer des schlechters sind gleich beim botschafter captain okay wenn man die kameras für den botschafter in sicherheit seine schlüsselkarte öffnet die hintertür die anderen kommen mit mir hey hey captain man herr botschafter hören sie mich oh scheiße captain der botschafter ist tot aber ich kann seine assistentin zu ihnen führen hau lieber ab hier spricht sergeant kyle garrick tun sie was ich sage dann bringen wir sie in sicherheit okay stacy geh mal hier dahin oder da wo er zwei dritte steht alter nehmen sie die schlüsselkarte des botschafters und gehen sie zur tür ok ich habe die schlüsselkarte und jetzt sehr gut die schlüsselkarte und gehen sie nach rechts da ist ein schrank am ende des fuhres weiter geht da ist ein rollwagen bei der tür bleiben sie unten da ist der beschissene schlechter ich weiß es nicht lüg mich nicht an der wolf ist hier sag mir wo ich bin doch nur alter der lös hallo sergeant garrick sonst jemand irgendjemand weißes ich habe aber niemand aber geh 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 gehen sie zum regal jetzt schnell schnell stacy man ist crazy alter die hat einfach mal so ein anzug an oder was auch immer die leute entführen nein aber jetzt geh schnell stecken sie sich bei der leiche rein ok los geht's sie bringen ihn um ja bitte gehen jetzt hab ich nicht gesehen man stacy sü ok jetzt geh stecken sie sich bei der leiche sollen wir in euer land eindringen und eure leute entführen da ist Alcatara südner bitte helfen sie mir wie schade für dich sie bringen ihn um andere seite des schreibtisches los ok ah man ja ja wo ist der sinn alter die braucht auch so 5 jahre bis sie sich mal bewegt verstecken sie sich bei der leiche nein warte bitte ok sollen wir in euer land eindringen und eure leute entführen da 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 nein aber ich kann ihnen nicht helfen bitte helfen sie mir andere seite des schreibtisches los geh 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 wow das war krill gehen sie zum korridor los ok los geht's das war crazy alter gut gemacht stacy weiter geht's alter gucken wir mal was hier abgeht zur tür los ok da liegt ein bruder wallstreet bruder hier sieht's eigentlich relativ safe aus in die parzelle los geh oh my god adam adam nein stacy nehmen sie das telefon hey stacy bleh verdammt stacy lassen sie ihn zurück komm komm nicht schreien stacy jetzt ist der adam wegen dir tot nicht belegen ich will nach hause ich auch und ich will einen burger alter stacy sie sind fast draußen er ist weg weiter geht's gucken wir erstmal hier kameramäßig oh das ist schon ein stier mann ein stier gehen sie zum arbeitsplatz schnell ok zum nächsten los ok scheiße man das wird jetzt das wird jetzt krass alter was machen wir jetzt andere seite beim stuhl da steht eine wache beim ausgang sie müssen sie ablenken was muss ich tun los 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 oh shit oh shit jetzt geht es ab oh oh ich bin nie geschlagen und sie dann lassen geil okay ich habe ich mitkämpfe auf dem parkplatz kopieren verstanden boss alle einheiten auf dieser frequenz die botschaft ist gefallen marines richten einen sammelpunkt an der botschafterresidenz ein hier spricht sie ist offiziell eine ehrenfrau geworden durch die action und wir helfen jetzt unseren bros verstanden achte auf sulaman was ist der plan wir stoßen am südlichen gelände zu den marines wo ist das gelände es ist nicht weit durch die gasse auf der anderen straßenseite alles klar garik aufmachen ich heiße garik ja danke schlüsselkarte konnte uns anbrechen danke los stacy sie sind hier sie direkt hinter mir unterwegs so jetzt müssen wir uns den weg nach vorne ne irgendwie zwei kämpfen jo ja ja oh mal her jo oh molotov hat mich fast auseinandergenommen jo so was haben wir hier scheiße ich wusste dass es ein opfer äh 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 ein zivilist war ein ziviles opfer alter aber ja mein trigger finger war auf jeden fall schneller als hier rechnen mit feindkontakt sie sind hier sehr unterwegs der versteckt dich los mach was ist los alter hä was ist los das ist nicht es ist überall feuer alter es ist überall feuer alter kam und kerr ok wir haben es verstanden ihr habt molotovs ihr seid crazy ihr seid gefährlich aber wir sind krasser Was ist der Weg? Ey, verpiss dich doch! Der bleibt einfach auf dem Feuer! Warte, fuck, alter! Er tut auch nix. Er tut mir scheiße, alter! KILLEN SIE DOCH, YO! KILLEN SIE DOCH, YO! Aaaaaaahhhhhh, ich mein, sie ist kurz verirricken, alter! Oh, der macht's halt! So, das war's, oder? So, das war's, oder? So, das war's, oder? Die Gasse auf der anderen Straßenseite, los! Die Gasse auf der anderen Straßenseite, los! Echo 3-1, wir können vorrücken! Schwindet schon, Fies! Schwindet schon, Fies! Ah, kommt rücken, geil! Echo 3-1, wir können vorrücken! Verstanden, wir kommen zu Ihnen! Auf Aktivität achten! Da, schwindet! Hier draußen ist es nicht sicher! Na, es geht holen! Na, es geht holen! Windet wieder, Ruben! Ausgeflogen! Na, sammeln! Sofort! Da ist das Gelände! Da ist auf jeden Fall sehr viel los hier in der Stadt, wie man ja hören kann! Garak, benutzt die Schlüsselkarte! Bring uns rein! Okay, ich muss mal eine kurze Schlüsselkarte hier auspacken! Hier ist Bravo 6, SAS! Nicht gedacht, dass Sie es schaffen! Wir brauchen einen sicheren Raum für einen Gefangenen! Ja, sicherer Raum in der Residenz! Folgen Sie mir! Das muss reichen! Prostieren! Ab mit dir rein, du Buch, Alter! Wir holen ihn später! Wurde weg sein! Aber wir sehen uns wieder! Alter, halt dein Maul jetzt! Watcher! Vier 06! Ich brauche Luftunterstützung! Und ich brauche sie jetzt! Negativ 06! Ich kann nicht noch einen Vogel riskieren! Kate, geben Sie mir irgendwas! Wir haben die ganze verdammte Stadt gegen uns! Nur eine Drohne in Reichweite mit wenig Treibstoff! Bleib nicht lange oben! Schicken Sie sie her! 06 Ende! Alex! Herr Vier! Nach Norden! Sichert das Dach! Kyle! Farah! Ihr kommt mit mir! Roger! Krasse Anweisung, Alter! Aber geil! Das machen wir! Captain! Die Marines kümmern sich um Nachzügler bei der Botschaft! Da draußen ist nichts, Sir! Die kommen wieder! Von der anderen Seite! Woher wissen Sie das? Ich würde es so machen! Sie hat recht! Auf der anderen Seite vom Dach neu positionieren! Stellung sichern! Ich will das ganze Feld im Blick haben! Okay! Sergeant! Ein Scharfschützengewehr holen! Wer ist schon drauf? Hä? Wo haben wir hier ein Scharfschützengewehr? Nimm dir ein Gewehr und Augen auf das Feld! Achso! Muss man Ziele angucken! Ah! Da haben wir es doch! So! Jetzt geben wir uns mal die EBR 14! Nimm das Kaffee in den Blick! Auf der anderen Seite des Feldes! 12 Uhr! Kaffee! Männlich! Potential Kämpfer! Unbewaffnet! Bleib bei Ihnen! Zwei noch! Scheiße, dass wir nicht zoomen könnten, aber es sollte reichen! Das sind Speer! Sie sind hier hin! Nicht dort! Verfolgen! Mach ich! Wen? Da rechts! Noch zwei! Wen sind wir verfolgen, Mann? Sie verschwinden! Stimmt was nicht? Okay! Hey! Da sind noch mehr Unbekannte! Anderes Ende des Feldes! Untersuche! Wo? Weißt du da? Kämpfer! Die suchen uns! Oh shit! Die tun sich jetzt auf jeden Fall hier ausbreiten, damit die uns hier finden, oder? Das? Alex! Alles ruhig! Moment! Da ist Aktivität! Mitte des Feldes! Elf Uhr! Wo? Elf Uhr? Negativ! Ist nur der Wind! Klappe halten! Fisch! Die beobachten uns, Käpt'n! Noch ein Wort! Und ich schick sie da raus! Ja, Sir! Okay! Was jetzt? Muss ich was herausfinden! Sie zählen auf die Lichter! Haben wir Angrifffreigabe? Was denn? Angreifen! Still! Augen auf Glas! Feuer rein! Leuchtsignal ab! Wir sch- Leuchtgeschosse! Mach es hellkeil! Okay! Ihr wollt es! Ihr kriegt es! Let's go! Let's go! Da laufen welche! Hissen auf dem Feld! Angreifen! Angreifen! Sprechen! Schuus! Sprechen! Sprechen! Er ist muss auf den Lasten! Wir müssen auf die Schuhe haben über die Feld! Wahrscheinlich viel! Gart'n! Scheiße! Halt den Kopf unten! Wo zum Teufel sind Sie hier? Ich sehe einen Scheißdreck da draußen! Dann machen wir ihn noch hin. Ist doch ok, Alter. Weiter gehts. Hau ab! Schrecklich ständig. Alter, was ist denn das für den Schmorker? Schick jemand ein Leuchtsignal rauf! Auf die Feuer! Das ist für den Schmorker-Sniper, Alter. Mit so... Heilige Scheiße! Ficker, Alter. Ja! Aaaaaah! Jetzt hab ich euch. Jetzt hab ich euch! Dich hab ich. Dich hab ich. Dich hab ich. Dich hab ich. Zack! Bääau! Das war's! Hurra! Scheiße, ja! Das ist ein beschisster Schlachtfeld, Mann! Da werden noch mehr kommen! Wie sieht's bei der Munition aus? Wird knapp! Hälfte noch! Fast leer! Keine Kugeln verschwenden! Jeder Schuss muss setzen! Ok, was jetzt? Ich hab die Snap mich schon weggelegt, Bro. Ich hab das macht nichts. Zwei Laster. Fahren nach Süden. Am anderen Ende des Felds. Bestätigt. Vielleicht ziehen sie den Schwanz ein. Sie positionieren sich neu. Ok. Herzen. Ho! Micha! Waaah! NICHT! Keine Kugel! Was ist? Was ist hier? Waaah! Waaah! Was ist geil! Der Restliche Tora ist hin! Wir können in der Stall! Okay. Scheiße, ich dachte, wir könnten hier rein und... Okay, nicht klar! Okay! Hier! Scheiße, das ist okay! Ihr wollt uns uns ficken, oder was? Wir ficken euch, Alter! Ramel, ne? Ist hier Rambo oder was? Und tot! Ich wusste es! Ich wusste es! Aber wie sollen wir was sehen, Alter? Ja, schön! Der Restliche Tora ist hin! Wir können hier nicht bleiben! Wir sind weg! Hey, Alter! Ich hab doch eine Granate hinter dem Geruch! Was denn das so fucking... Kann doch nicht sein, Alter! Wir sind weg, Alter! Ja, okay! Wir sind nicht, dass wir hier rein, Alter! Come on! Come on! Scheiße! Wir haben noch ein paar Wimpern, aber nichts hören, oder? Nice! Wieso ist das verteidigen wir? Boom! 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 Okay! Kurz warten! Los! 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 Alter! Treffe ich überhaupt diese? Los! 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 Ich kann nicht, ich hab keine Muni, Alter! Los! Oh mein Gott. Okay. Okay. Da ist er da. Das ist doch ne Treppe oder nicht? Ah scheiße. wir schaffen das wir schaffen wir mal ganz kurz also wir sind ganz kurz davor was ist denn los ja ich wusste es ich wusste es warum warum sieht es hier nicht ja crazy sieh holstein kurz hoch Sie haben deine Entgegenau ich hab sie irgendwie befrieden dass du so 70 da oben machst Was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit euch? Und sie sind auf dem Gelächter Was ist denn los mit euch? Hier gibt es keine Luft zum Atmen, Alter! Wir sind auf dem Gelände! Guck mal, ich schreibe wie ein fettes Schwein, Alter! Lass mich einfach nach vorne! Wo ist der Sinn, Alter? Was, was geschafft, Alter! Was, was mich schafft, Alter! So, das kriegst du jetzt! Hier! So ein Blacky, Alter! Hä? Und jetzt? Was jetzt? Alle Einheiten, keine Aktivitäten! Meine Fresse, Alter! Hol das dem nördlichen Gebäude nachschub! Wir werden absichern! Roger! Gehen wir rein und rüsten uns aus, Sargent! Weiter geht's, Alter! Aufmachen! Ja, das brauch ich jetzt auch nicht mehr! Und nicht da rausgehen! Sargent, einpacken und zu mir! Roger! Bravo 6, hier ist Jaguar 4-1 für Luftunterstützung! Waffen scharf! Waffen scharf! Verstanden! 4-1, auf Ziele warten! Flieger für Luftunterstützung! Eine Drohne! Treibstoff gering! Hab verstanden! So! Oh, ich schwirr! Drohne ist in Position! Du musst Ziele markieren! Captain, wir sollten uns den Wolf schnappen und verspüren! Negativ! Wir halten diese Position! Danach können wir weitersehen! Geben wir ihn auf? Vielleicht müssen wir das! Ja, wir brauchen sofort diese Träume! Auf dem Weg! Da! Los! Da! 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 Okay! Geil! Dann einmal da! Ah! Ich mach! Und hier! Unten! Wo die alle chillen! Hier unten! Wo die alle chillen! Dann lass doch nach! 2-6! Check! Warte! Okay! 1-6! Da! Bam! Direktor Treffer! Gefolgt! Bam! Tschüss! Treffer! Was jetzt? Alles sicher! Nicht mehr lange! Geil! Ostseite! Changen wir das mal ganz kurz, Alter! Die Schrottflinte, die bringt uns jetzt irgendwie im offenen Feld nichts! Und ja, markieren sie Ziele vom Dach! Was denn noch, Alter? Hä? Unbekanntes Fahrzeug am Ende des Feldes! Zivilisten? Oder eine Autobombe! Es kommt auf uns zu! Was würde ich mal sagen? Sind Sie bewaffnet? Nicht! Autobombe? Okay! 06! Jaguar 41! Aus dem Osten nähern sich ihnen Feinde! Over! Wo ist Osten, Mann? Alter! Come on, Mann! Tschüss! Da! Nein, Mann! Wir machen das hier! Na! Was noch? Wer noch, Alter! Wer noch! Ah! Kaboom, Mann! Nice! Was ein übelst Bock, Mann! Das hat mir geil gemacht! Das muss man echt sagen! Treffer! Hört mich auch gar nicht! Haha! Geil! Was wollt ihr noch, Alter? Nachladen! Scheiße, ich bin damit nachladen, ne? Bravo! Jaguar bereit zum Eingang! Markiert einen Ziel! Bah! Komm! Feuer! Volltreffer! Wir sind nicht gut! Feuer nochmal! Was? Wohin? Treffer! Verstanden! Paket ist unterwegs! Bravo! Jaguar auf Station! Bereit für Markierung! Weiteres Ziel markiert! Direktor Treffer! 06! Jaguar V1! Pistone Treibstoff! Drehe bei! Verstanden! V1! Danke für die Hilfe! Was heißt das? Dass wir auf uns allein gestrichen... Konzentrieren! Aber wir haben schon gut... Alles zerstört, alle mit diesem Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen. Den haben wir... Wo ist der Schaffer? Der trifft mich die ganze Zeit! Könnt ihr ihn nicht umbringen oder so? Achso, da! Ah, jetzt kann man! Ah man! Hey! Schlägt der sich schon aus? Okay, den haben wir! Börser! Reichter gegen das Gebäude, Nordosten! Kein Schussfeld! Wir müssen sie ausschalten! Ich gehe! Aber nicht alleine! Garrik, geh mit Hadia! Schaltet das Nürnberg-Team aus und kommt dann zurück! Heihei, kippt man! Verschützt sie! Ja, Sir! Hurra! Da, Kripper! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Ey, ob's mal ne Folge geben wird, wo ich nicht verricke? Wir müssen sie ausschalten! Ich gehe! Aber nicht alleine! Warum können wir nicht mehr dieses Markierungs-Ding machen? Schaltet das Nürnberg-Team aus und kommt dann zurück! Wie, kein Schusser, natürlich! Mach! Schöne! Marine! Unterstütz sie! Ja, genau! Mach! 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 Ich gehe! Aber nicht alleine! Garek, geh mit Hadia! Schleiß jetzt das Mörser-Team aus und kommt dann zurück! Wir sind in der Mitte. Wir sind in der Mitte. Marien, auf der 15. Adjektor. Verpacken. Wir sind in der Mitte. Ey, was ist eigentlich los jetzt, jo? Ey, schlieb doch, wie kannst du mich treffen? Wie kannst du mich treffen, Mann? Ah. Ah, ist okay, ist okay, ich mach gar nichts mehr. Ja, hier ist auch eine Granate, jetzt sterb ich ein bisschen, guck mal. Uh, die Mauer hat mich ja gerettet, jo. Ey, ich seh einfach nichts, Mann. Ah, du bist weg. Tschau. So, jetzt stoßen wir nach vorne. Scheiße, das bringt mir alles nichts. Wie warst du da hier so aus, ne? An die Tür, Sergeant. Nein, nehmen wir mal hin, andere. Die Fall. Die FAL. Sergeant Kelly, an die Tür. Komm, geh mal da rein. Los. Ich bin über die Mauer. Bring uns rein. Dann lass mal rüberjumpen, oder? Wie, ach so, der will ne crazy Räuberleiter. Ich bin da drüber. Ne, ich mach eine für ihn. Pass auf dich auf, Bro. Geht lang. 06, wir sind am Zielgebäude. Gehen rein. Let's go. Let's go. Es ist der Fall. F**k. Ey, 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 ey. Da liegt da jemand drauf. Nach oben, los. Scheiße. Wo ist Chai? Wo ist Shisha? Komm, let's go. Let's go. Let's go. Kann der mich treffen, jo. Wenn der mich treffen, jo. Ihr habt jetzt mal einen Wichser Tschüss, das war's Das war's für euch Oh shit Alter Yeah Fuck Alter, wieder hier, Campt, Alter, was ist denn los mit dir, Mann? Scheiße Ja, ist hier noch Was haben wir hier? Zwei Shampoos und eine, ja, Haarspülung, Alter Wird dir wahrscheinlich nicht so viel bringen, ich Gucken wir mal, ob hier Überraschungen noch für uns parat sind In dieser Tür, Alter, komm Zack So machen es Krasse Soldaten Scheiße Alle Einheiten Hier, Bravo 26 Alle Mörser ausgeschaltet Das Gebäude ist sicher Zurück zum Gelände Schwester, da kommen noch mehr Kämpfer Zurück, Junge Alter, hier, ey Das hört gar nicht auf Der Krieg hört nicht auf Ich sehe aber auch gar nicht, ja? Zur Residenz-Rückbie Die sind drinnen, Captain Okay Die sind drinnen, der Residenz eingetroffen Wir werden aus der Residenz vorgesehen Lass, hier ist keine Muni mehr, Mann Weiß ich den Wolf holen Schleller rüber, sichern den Wolf Krieg den Wolf, nenn Da muss ich jetzt noch Residenz, hoff, hoff! Weiter geht's, weiter geht's! Kai, Funktion kommt jetzt voll zu der Residenz! Stirb, Soldat! Stirb! So, Residenz, Soldat, Soldat, sofort! Komm, komm, okay, okay! Ich hab's nicht so gemeint und so. Wollen wir ja erstmal hier flankieren, Alter, wie im Bildadruck. Alle Mann, zurück zur Residenz, bevor sie den Soldat schreift! Let's go! Lass da rein, Alter, die kriegen ihn nicht, die kriegen ihn nicht, ich sag's euch! Lass mich! Wir sind sauber auf dem?! Der einzige Weg! Der einzige! Scheiße, so haben wir selbst am Motenattentäter, Alter! Tschüss! Ihr Fische! Der Volk ist krass! Komm auf, komm auf! Alter im Maul, Alter. Wer war das, Alter? Scheiße, das war Ding, Alter. Äh, Stacy, Alter. Scheiß drauf, Mann. Die sind eh, die Kraft hat verstanden. Verdammt! Sie haben ihn, Käpt'n. Wir finden ihn. Hadir, bring dein Team zur Kreuzung. Bring alle, die du hast. Ja, Schwester. Was ist der Plan, Pfarrer? Der Wolf ist jetzt beim Schlechter. Terrorzellen in der Stadt verstecken sie. Bravo wird jedes Haus durchsuchen. Meine Leute helfen. Wenn sie in die Berge entkommen wollen, gibt es nur einen Weg. Tariq Almut, die Straße des Todes. Russen haben sie bei der Inversion zerbombt und die Fliehenden getötet. Bei der Kreuzung ist ein kleines Dorf. Ich habe Hadirs-Kämpfer hingeschickt für einen Hinterhalt. Alex und ich stoßen dazu und gehen über der Straße auf der Lauer für den Wolf. Okay, krasser Einsatz hier. Jetzt spielen wir wieder Alex. Der Highway ist unter uns. Hadirs Verstärkung ist in Position für den Wolf. Wir draußen kriegen uns die Russen leicht. Ja, die Zeit ist knapp. Barkhaus-Männer jagen uns. Er hat keine Kontrolle. Er will sie zurück. Hier ranhalten! Bewegung! Wir müssen den Wolf am Pass aufwangen. Chill, es doof. Vor dem Krieg gab es hier Familien und Lachen. Lachen ist die beste Medizin. Kennst du ein Witz? Wie nennt man einen schlafenden CIA-Agenten? Wie? Einen verdeckten Ermittler. Nicht schlecht. Ist besser in meiner Sprache. Das war in deiner Sprache. Die brauchen wir noch. Der war schlecht, Bruder. Ja, Mann. Hadir hält für uns die erhöhte Position. Mein Vater nannte Hadir den Schabal, seinen kleinen Löwen. Was ist das ihm geworden? Er starb im Kampf. Es hat schon was von Isis und Al-Qaida und so weiter. Geil, Alter. Tschüss! Oh, shit, Mann. Das ist ein Sniper, Alter. Geil. Schütze sie mit deinem Leben. Sie tut es auch für dich. Wallah, mach ich mal. Danke. Adeer. Perfekt für diese Entfernung. Ich übernehme das Sichten, Alex. Geil. Benutze dein Visier. Machen wir dich bereit. Achte auf das schimmernde Licht beim Highway. Wo ist Highway, Mann? Hä? Ah, okay. Ja. Ali, stoss zu den anderen. Ja, Commander. Bleib an ihm und du siehst mein Team an der Straße. Ja, wie sehe sie? Sie unterstützen uns, wenn wir den Al-Katala-Konvoi angreifen. Ah, okay. Das ist hier. Das sind hier unsere Brüder. Raza, platziere ein Ziel beim Bus. Tic-Romi, bitte l'Az. Und du, Khwani. Vertikale Striche sind für die Distanz. Jeder steht für 200 Meter. Das Ziel ist 400 Meter weit weg. Ziele zwei Striche darüber. Ach so. Zwei Striche, verstanden. Der Wind lenkt deine Schüsse vom Ziel ab. Die Flaggen zeigen seine Richtung. Schieß dann gegen den Wind. Versuch es mit einem Strich nach rechts. Daneben. Ach so. Nicht von dir einschüchtern, Alex. Aber immerhin, wir haben schon... Trecker. Ah, okay. Sie spricht mit dir, Alex. Mein Bruder. Dein größter Fan. Mein Bruder. Probieren wir noch ein Ziel auf anderer Reichweite. Okay. Ziemlich weit hinten ist ein blaues Haus. Siehst du es? Sichtkontakt zum blauen Haus. Da ist Obst auf der Kühlbox. Distanz 600 Meter. Schieß, wenn du so weit bist. Okay. Pap, pap, pap. Ja, 600. Jetzt haben wir hier. Die Melone, Alex. Auf der Kühlbox. Tschüss. Geil. Er ist ein wahrer Obstkiller. Ich schwöre dir. Das habe ich gehört. Die Hiawan. Passt auf, Jungs. Die Hiawan. Es sollte alles passen. Die Hiawan. Nutze immer die Umgebung zu deinem Vorteil. Flaggen zeigen die Windrichtung und Orientierungspunkte die Distanz. Verstanden. Gut. Und jetzt achte auf Aktivität auf der Straße. Sie werden bald da sein. Okay. Welche Straße, Mann? Nicht da, das Wind. Geiler Zoom, Alter. Okay, locken Sie den Wolf in einen Hinterhalt. Ich habe was bei der Ölpumpe. Ich sehe eine Flagge. Aber was soll ich da? Was soll ich da jetzt machen, Alter? Ja, hi, Wen. Dafür gibt es keinen Grund. Spare dir das für den Feind. Ja, okay. Aber was soll ich jetzt machen? Lücken Sie... Inspizieren das... Ah, okay. Jetzt habe ich es. Ah. Das Fahrzeug, der ist nicht verlust. Ich muss nachladen. Verstanden. Nicht angreifen. Könnte der Wolf sein. Oder seine Männer. Ich denke, er ist seine Männer, weil ich sehe, den Wolf nachher. Sieht nicht nach dem Wolf aus. Das sind Speer des Wolfs. Noch nicht schießen. Erst bei freiem Schussfeld. Okay. Ah. Ali, siehst du sie? Sie klettern auf das Dach! Augen aufs Dach, Alex. Zwei auf dem Dach. Ja, ich sehe sie. 400 Meter. Tschüss. Und jetzt machen wir... Schieß, wenn du so weit bist. Drei, zwei, eins. Headshot, Alter. Guter Treffer. Noch einer. Hast du schon gesagt, oder? Guter Schuss. Zwei Speer weniger für den Wolf. Der hat einfach aus seinem Arsch geblutet. Habt ihr das gesehen? Geil. Du kannst jetzt hin. Aber was war der Erste wirklich schon jetzt? Er lässt eine Falle für die Männer des Wolfs vorbereiten. Alex, gib dem Team Deckung. Okay. Den Wolf zu töten garantiert uns nicht das gestohlene Gas. Stimmt. Was ist, wenn du es nicht findest? Das muss ich. Okay, die haben kurz das Auto-GTA geklaut, Alter. Was heißt, ein kurzen Burnout, oder? Das ist unser Bruder Ali. Und Raza. Scheiße, was jetzt? Die Männer des Wolfs müssen zum passierenden Wagen bewegen. Warte, bis sie nah genug dran sind und sprenge ihn dann. Äh. Hä? Was soll ich springen, Mann? Ich sehe den Konvoi im Osten. Verstanden. Es geht los. Sei tapfer, Freunde. Die Soldaten des Wolfs sind hier, Alex. Rechts vom Highway. Drei Alcantara-Fahrzeuge. Verstanden. Nicht feuern. Lass ihn näher ran. Soll ich angreifen? Nein. Sie müssen näher ran. Der Fried dreimal, ob man angreifen kann. Die sagt dreimal nein. Naja. Na los. Nicht so schüchtern. Sie sehen ihn. Sie gehen zum Truck. Hadir. Ich steh's. Bereit machen, Alex. Oh shit, wir können den... Ich bring den Truck, Alex. Jetzt, come on! Boah! Angriff! Angriff! Feuer eröffnet! Sie sind rechts vom Fuß! Guter Schuss, Alex. Granate! Bewegung! Geil. Wollen wir noch einen? Hier. Papp! Oh shit. Sie gehen in den Gebäuden in Deckung. Ah, mal da. Toller Treffer! Tak, yo. Ey, hört auf weg zu rennen, man. Ja, links vom Bus. Tschüss. Tschüss. Halt der Kalle auf den Bus. Tak, wir sind Brotalio. Wir werden krass, man. Aber ich auch nicht. Auf die Fenster. Jetzt im Bus sind da noch welche. Guter Schuss, Alex. Im Bus. Ja, ich hab's verstanden. Komm. Lade nach, Alter. So. Kontrolliere die Dächer. Puh. Der Wolf hat Verstärkung geschickt. Okay. Let's go, Alter. Sollen die doch kommen, Mann. Das hat irgendwas. Hadir, zieh dein Team zurück. Wir dürfen nicht nachgeben. Tu es. Aldi, zurückfallen. Sofort raus da. Schieß auf die Motoren. Halte sie auf. Erledigt. Okay, was jetzt? Was jetzt, Alter? Wo sind die? Scheiße. Komm. Komm. Aber ist das Rissgelenk, oder was? Aber ist das Rissgelenk, oder was? Alle Treppen. Ich krieg's euch schon, Alter. Komm, ey. Nicht die Scheiße. Oh, Merde. Alter, komm. Okay, okay. Ah. Fuck. Molotow, Alter. Wo sind wir jetzt stehen geblieben? Bist du da, oder? Da kommen sie. Okay. Ach, krass. Erkennt mich mal. Hey, wir können noch ein bisschen nach hinten, wich? Mal weiter machen, oder? Ich kriege euch alle jetzt. Scheiße. Scheiße. Eif auf den Boden. Welche Fässer haben wir in der Fässer, oder? Ah ja. Komm. Bah. Puh. Zweierfeier, Alter. Der dritte. Ah, der ist gedugt, Alter. Tach. Puh. Was jetzt? Weg mit dir. Okay. Wir haben gut, wir sind wieder. Was jetzt? Was jetzt? Ey, ey, ey. Ich wusste es, dass da jemand ist. Ich wusste es. Okay. Bros. Wir reißen uns zusammen. Scheiße. So, die sollen erstmal brennen, Alter. So, gehen wir jetzt mal hier hoch, Alter. Ob Boden. Oder der der Wacken. Fucking Scharfschützen-Munition. Nein, ich wusste es. Das ist schon immer wieder, Jörg. Ah. Scheiße, weg, oh. Wir haben es geschafft. Zumindest nicht zu sterben, Bros. Fickt euch, Alter. Ich will hier. Ey, was ist das für eine Scheiße, Mann. Komm. Wir schaffen es. Immer wieder, immer wieder. Okay, hier ist jemand, oder? Oder doch. Hä? Jetzt brennen wir. Geil. Geil. Wir berühren uns erstmal. Oh, komm, komm. Wo? Achte auf das Mündungsfeuer, wenn sie schießen. Aha, okay. Komm. Wo? Wo? Schießt noch einmal. Komm. Aha, da waren die. Alles im Weg. Ah, geil. Ihr seid weg jetzt. Schießt, Alex. Sie sind erledigt. Alex, da ist noch ein Alcatraz-Amerze-Team. Halt mich aus. Scheiße, komm. Darf ich da hoch, Alter? Warte mal. Ey. Ist schon gay. Ist schon gay, Alter. Soll ich sagen? Okay. Wir dürfen da nicht hoch. So wie es scheint. Deswegen suchen wir uns einen besseren Auszugspunkt hier. Ah, da sind die doch. Da sind die. Und nichts, oder? Oder? Richtig. So. Aber wo? Kein Sichtkontakt. Was siehst du? 600 Meter. Aktivität am blauen Haus. Ah, danke. Nee, wo? Hey, Achtung. Schieß, Alex. Mörser-Team ausgeschaltet. Selbst vor Truck. Linke Seite, linke Seite. Okay. Halte den Truck auf, Alex. Noch einmal. Ja, wo? Die Truck, die Truck. Wo? Truck, Truck. Alter. Schieß, Alex. Schieß. Wo denn? Achso, hier. BAM! Der kommt viel zu nah. Jetzt hat er, Alter. Geil. Tschüss. Der Wolf wird wohl kommen. Sonst würden sie nicht mit Rupen den Weg freimachen. Platziere USB-Faust, Bruder. Ich sichern die Umgebung, Alex. Geh zum östlichen Bunker und rüste dich für den Wolf aus. Okay. Boah, das war crazy, Mann. Geile Sniper Action auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal rüber zum Nachschub und rüsten uns anscheinend aus. Auf jeden Fall. Oh, eine Bison, Alter. Was ist das? Das ist geil. Oh, geil. Okay. Auch sehr, sehr geil. Scheiße, was machen wir jetzt? Die hat halt, die hat halt, ähm, sehr viel Muni, aber braucht so fünf Jahre, bis wir nachladen. Das ist halt immer so das Problem. Und der ist eigentlich schon geil. Nee, komm, behalten wir den dann. Dann würde ich sagen, behalten wir den, oder? Los geht's. Noch mehr Sprengsätze hat hier? Genau wie beim letzten Mal. Wenn Feinde näher kommen, zünden. Alter Abstand. Alex. Käpt'n Preiss ruft über Funk an. Er meint, es sei dringend. Wo ist der Funk, Jo? Der will mich sprechen, der Huren. Deswegen reden wir jetzt mit dem, Madame. Bitte. Okay. Hallo, hallo. Äh, äh. Wow. Scheiße. Scheiße. Wo Highway, man? Wo? Wo ist der? Er lässt uns einzeln auf Alex. Ach so, dann. Finde den Scharfschützen. Wurde abgedreht. Er ist jetzt viel stärker. Das musst du berücksichtigen. Warte kurz, warte kurz. Vier Striche nach links. Neue Zielsuche. Scheiße, wo war der, Mann? Hä? Wie, wie steht der Wind dann, ne? Das Sonnenlicht spiegelt sich im Zielfernrohr. Achte auf das Glänzen. Boah. Er positioniert sich neu. Scheiße. Ja, aber wo? Ich sehe nichts. Ja, ist doch okay, aber... Fuck, Alter. Ich sehe den nicht. Ich sehe ihn nicht. Das Sonnenlicht spiegelt sich im Zielfernrohr. Achte auf das Glänzen. Achte auf das Glänzen seines Zielfernrohrs. Warum sagst du mir das jedes Mal? Ach so, da ist der. Zielfernrohrer spiegelt sich im Zielfernrohr. Achte auf das Glänzen. Fuck, Alter. Hey. Das schaffen wir mal nicht, oder? Oder schaffen wir das? Zack. Wart zwar kein Headshot, aber scheiß drauf, Alter. Nein! Fuck. Okay. Ach so, da, oder was? Komm her. Komm her. Oh. Und ihr seid weg. Ey, die Russen sind zu krass, Mann. Muss man echt sagen. Ey. Man kriegt schon, man kriegt schon so ein Geil. Für uns dann schon.